Willkommen zu Moni's magischen Adventszeit und zur Türchen Nummer 9. In diesem Türchen erzähle ich euch etwas über die Hidden Mickeys, die hier überall im Park verteilt sind. In den World Disney Studios, im Village und auch im Disneyland Park. Haltet die Augen offen. Eines davon findet ihr direkt hier im Zaun drin und die anderen zeige ich euch jetzt auch noch. Und beim nächsten Markt könnt ihr mal versuchen, alle aufzuzählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017